Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschafts-Simulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und wir sind heute mal beim Start, beim Shop, weil wir müssen noch zwei Sachen auf jeden Fall kaufen. Ich brauche einen Kipper, da habe ich mich dazu entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den IT-Runner, die Mulde nehmen soll, den HT50 von Bergmann oder den Container. Äh, ich glaube ich nehme erstmal die Mulde. Ähm, bin ich gerade am überlegen, welche Farbe. Ist eigentlich egal, gell? Das Fendtgrün mag ich nicht. Ähm, wir nehmen mal die Farbe. Ähm, den brauchen wir gleich, um unsere Sojamilchproduktion zu intensivieren. Außerdem brauchen wir noch ein, was das Milch transportieren kann. Und hier haben wir den, äh, von Tanktech MT44. Den kaufen wir uns auch. Der kommt in unserer neuen Design-Sprache zur, zum Kauf. Design, Überladetrohr brauchen wir nicht. Ähm, mit Aufdruck, ohne Aufdruck, mit Aufdruck. Und, wenn wir Kraftstoff fahren, dann soll der mit Shell gekennzeichnet werden. So. Da haben wir die guten Stücke. Äh, die Mulde habe ich gut ausgewählt. Die gefällt mir in der Farbe. So. Das Fass passt natürlich perfekt zu unserem LKW. Und das werden wir auch gleich mal befüllen fahren. Und zwar bei der Sojamilchproduktion. Da haben wir nämlich schon, ähm, einen Ertrag im Speicher. Und deshalb dachte ich mir, jetzt müssen wir mal die Milch weiterverarbeiten. Wir fahren mal hier gerade um die Ecke. Und dann gucken wir mal, ob wir das Fass hier mit Hilfe der Spiegel an die richtige Position bringen. Und ich glaube, ich bin schon... Aber eigentlich muss das passen. Nee. Aber ich möchte jetzt mal, ich möchte jetzt mal hier realistisch fahren. Es muss da rein. Na, also. Jetzt können wir wieder in den Spiegel fahren. Okay, wir müssen noch einmal korrigieren. Jetzt sehe ich leider nichts mehr im Spiegel. Aber so müsste es passen. Und die Milch läuft. Dann können wir uns zum Deutz begeben. Und da machen wir jetzt die Mulde drauf. Wenn wir sie denn richtig anpeilen können. Ja. Das wäre ja zu schön gewesen. Okay, wir müssen da. Aus dieser Perspektive hinfahren. Das ist einfacher. So. Und aufladen. Damit fahren wir jetzt zum Hof. Heute fahren wir mal ein bisschen selber. Und eigentlich könnte ich heute auch mal wieder den Verkehr anmachen. Jawohl. So. Also, der Tempomat ist ein bisschen gering eingestellt. So, wir fahren jetzt zum Hof. Holen noch ein bisschen Soja. Haben wir ja letztes Mal ordentlich abgefarmt. Beziehungsweise das Feld auch beendet. Und dann füllen wir die Sojamilchproduktion etwas auf. Und dann hoffe ich mal, dass in der nächsten, aber übernächsten Folge wir Feld 9 abernten können. Stimmt, wir müssen auch Feld 18 könnten wir eigentlich schon pflügen. Gucken wir mal da. Ich denke, da werde ich gleich einen Helfer starten. Mit Curseplay natürlich. Curseplay. Ich glaube, Curse ist falsch. Ja, wenn ihr meine Let's Plays kennt, dann wisst ihr, meine englische Aussprache ist naja, nicht so gut. So, den Blitzer mal gekonnt, ignoriert. Ich weiß nicht, weshalb sie immer wieder so ruckelt. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wie ich das verändern kann, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Oder wenn ihr wisst, woran das liegt. In Deutschland wir übrigens erst mal waschen gehen. Ich glaube, den habe ich noch nie gewaschen. Der steht vor Dreck. So, so. Dann sehen wir auch mal welche Farbe der wirklich hat. Das wäre schon schrecklich, wenn man so eine Maschine ein paar Tage nicht wäscht und die in viel Einsatz ist. IT-Runner putzen wir auch noch gleich, wenn wir schon da sind. Wer weiß wann der das nächste Mal hierher kommt. Sieht doch besser aus. Soja. Dann werde ich mir mal schnell den Xerion hier packen. Und den mit dem Pflug von Chandir bestücken. Da ist überall so ein kleiner Tempomat eingestellt. Ich weiß gar nicht warum. So eine geringe Geschwindigkeit. Sorry. Wir müssen auch Feld 18 neuen Kurs speichern. Weil das ist natürlich ein anderer Pflug, wie der, der gespeichert ist. Warte mal, wir starten woanders mit dem Pflug. Nee, komm. Wir starten doch hier, weil... Nee, ich will da nicht starten. Ich möchte einen schönen Anfang haben. Wir haben hier schon Feld 18. Haben wir noch gar keinen? Stimmt, die habe ich schon gelöscht. So. Dann werden wir das mal einstellen. Feldarbeit. Ähm. 18. Arbeitsbreite werde ich. Wir haben hier 9 Meter. Glaube ich genau. Ähm. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. John Deere Ripper. 9 Meter genau. Wir werden hier mal auf 8,80 gehen. Automatisch. Vorgewende. Ähm. Das war doof. Mal hoffen, dass es nicht abschmiert. Dum 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 dum. Der braucht lang zum berechnen. Konnte kein Kurs geladen werden. Dann probieren wir es mal hier. Vorgewende. 2. Oder machen wir 3. Im Uhrzeigersinn. Bahn. Scharf. Dann probieren wir es mal hier. Und da hat es funktioniert. Das ist gut. So. Von der Breite her gehen wir extra ein bisschen runter, damit der auch überall pflügt. dadurch haben wir zwar einen zum Teil. Ups. Hallo. Achso. Ampfeuer einstellen. Dadurch haben wir zwar immer ein bisschen, ähm, Versatz drin. Das heißt, äh, es ist, werden manche Stellen einfach doppelt bearbeitet. Aber dann passiert eben sowas, dass hier so Zeug stehen bleibt. Das will ich eben vermeiden. Das will ich eben vermeiden. Deshalb, äh, ja, ihr braucht ja Leistung. Das ruckelt sehr, gell. Hm. Ähm. Ja, aber wie gesagt, dadurch möchte ich eben so wenig Stellen wie möglich, dass die stehen bleiben. Dass am Rand mal was stehen bleibt, ja, kann man leider nicht, äh, können wir leider nicht vermeiden. Oh, das legt arg. Okay. Wir lassen den jetzt mal arbeiten. Und wir kümmern uns um den Deutz. So, der ist nämlich voll mit Soja. Dann können wir das zur Sojamilchproduktion bringen. Der Raps ist hoffentlich bald fertig. Dann können wir endlich auch unseren eigenen Sprit produzieren. Und den werden wir hauptsächlich erstmal bei uns einlagern. Weil wir brauchen ja selber auch, äh, Biodiesel. Da kommt noch einer. Was ist heute los? Wir brauchen ja auch selber Biodiesel, um unsere Fahrzeuge betreiben zu können. Und auch für die Sojamilchproduktion brauchen wir Diesel. Von dem her macht es Sinn, wenn wir, ähm, einfach den Diesel für uns selber benutzen, ohne ihn zu verkaufen. So, ich überhole mal hier gerade. Zwei Pickups, die fahren hier nämlich deutlich zu lang. Tja, geht das dann mal deutlich schneller. Bis wir uns das erste Feld leisten können, da werden wir noch ein paar Jahre ins Land gehen. Vermute ich. Dann muss man mal auf allen Feldern Soja anpflanzen oder irgendwas, was teuer ist, um das dann zu verkaufen. Oder wir müssen auf jeden Fall dann noch in die Schafe investieren, dass wir mehr Wolle generieren. Dann können wir auch überlegen, ob wir da vielleicht noch einen Mod reinnehmen. Dass wir aus der Wolle noch mehr rauskriegen. Das schauen wir aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt bringen wir erstmal den Soja weg und dann müssen wir den Xerion retten. So, der Ablade-Trigger hier ist ein bisschen tricky. Er sitzt nämlich da hinten drin. Hatten wir, glaube ich, in der Folge schon. Deshalb habe ich auch einen Kipper genommen, der ein bisschen niedriger ist. Und nicht den Bandit. Bin ich damit... War da nicht irgendwas, dass ich damit da gar nicht rangekommen bin? Ah, falsches Trigger. Ach ne, konnte ich den damit gar nicht entladen? Den Trigger werde ich mal noch umsetzen. Das geht mir nämlich ein bisschen auf den Geist. So, ok. Dann müssen wir das anders machen. Dann muss ich mir doch den hier schnappen. Mit John Deere 8530. Heute habe ich irgendwie Probleme mit meinem PC. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Das Biest. Der hört sich wirklich biestig an. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ne, der Ton ist leider trotzdem nicht da. Ok. Warum kann ich da nicht laden? Verstehe ich nur nicht richtig. So, jetzt. Soja erstatten. Dann den Xerion retten. Ja. Deshalb machen wir Vorgewände. Oh nein! Jetzt habe ich den Kuss gelöscht. Das war doof. Ähm. Ja, verdammt. Dann müssen wir hier mal kurz wieder an die Startposition. Das war doof. Ich habe nämlich den Kuss nicht gespeichert. Dadurch weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, dann starte ich den Kuss auch noch ein bisschen weiter außen. Dass der den Feldrand auch wirklich mitnimmt. Okay. Aktuelle Fahrzeuge. Scharf. Generieren. Okay. Da muss er halt jetzt die halbe, oder das Drittel hier nochmal doppelt fahren. Abfahrer einstellen. Speichern. F18. Pflügen. So. Und jetzt nimmt er hoffentlich auch dieses kleine Schnipsel hier noch mit. Nö, immer noch nicht. Naja. Der läuft aber. Wo ist unser Johnny? Der hat jetzt ordentlich mal was zu arbeiten. Und der Anhänger ist viel zu schwer. Dann fahren wir einfach hier hinten raus. Wenn der hier nicht um die Ecke kommt, ist es doof. So. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Schwung. Und dann läuft die Geschichte hier auch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte euch mal ein paar Minuten, äh, oder eine Minute echtes Soundvergnügen geben. 100%. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde den Sound am Meer. auch interessant oder schön, wie die Kabine wackelt, weil da einfach einen Haufen PS runterstecken und das ganze Gewicht ziehen müssen. Die ist schon nice. So. die Serie und steckt wieder fest. Wahrscheinlich an der gleichen Position wie gerade auch. Oh, halt! Ich will abbiegen. schau. Hahha. Alter. Warum lenkt denn der nicht ein? Der lenkt mich ein, wenn ich vorwärts fahren. Hat der vorne keine Traktion oder was? So, jetzt müssen wir leider doch den Krampe hier wieder in die enge Einfahrt buxieren. Ich glaube, der John E. brauche ich nochmal noch ein Gewicht. Sonst haben wir hier guck mal, der schiebt gar nicht. Sonst haben wir hier noch ein Gewicht. Ne, der kommt da nicht rein. Das ist immer... Deshalb, ich muss den Tricker verlegen. Also ich werde ein bisschen an der Map hier basteln. Ich muss da ein bisschen ein paar Sachen verändern. Unter anderem würde ich gerne am Hof den einen Schubbereich ändern, dass wir dann ein bisschen mehr Platz haben. Warum kommt der jetzt hier nicht rein? Sonst bin ich doch auch reingekommen. Oh, ich hätte... Ich hätte... Ach, verdammt! Ich hätte den kleiner machen können. Der hat ja die Kapazitätsveränderung drauf. Ähm... Da hätte ich den tiefer setzen können. Weil ich komme jetzt hier nicht rein. Das ist doof. Das heißt, ich muss mit beiden wieder zurückfahren. Nach Hause. Und dann... Nochmal herfahren. Das mache ich bis zur nächsten Folge. Dann läuft die Sojamilchproduktion. Der ist jetzt reichlich doof gelaufen. Ich dachte eigentlich mit dem... IT-Runner-Kipper kann ich das machen. Aber wie ihr seht, hat es irgendwie nicht funktioniert. Schade. Also, ich habe bis morgen die Sojamilchproduktion ankurbelt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch trotz allem gefallen hat. Vor allem dieser brachiale Sound von dem John Deere 8350. Dann lasst doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao. Ciao.